grüße euch meine lieben zum mittwoch den 27 dezember laut dem mondkalender zunehmender mond im zeichen witte element feuer heute ist ein wärmetag zwischenmenschlich gibt uns der mondkalender mit wenn sich etwas für sie heute stimmig anfühlt dann tun sie es egal ob es die passenden umstände der richtige mondstand oder die angemessenen konstellation in ihrem geburtshoroskop sind auf geht's also wenn du hier schon vielleicht denkst ja jetzt ist weihnachten vorbei und dies und das könnte ich hier weg tun meistens ist es ja das verpackungsmaterial will welche mülltopf tonne stopft man das noch wo ist denn noch ein bisschen platz ja und hier informativ aus dem mondkalender wenn wir vorstellungen von der erde als eine flachen scheibe umgeben von mehr hören und sich dann darüber noch der himmel wie eine riesige käseglocke spannen soll sind wir schnell bei der hand mit der bemerkung vom finsteren mittelalter dabei ist die erkenntnis dass wir auf der erdkugel leben viel älter bereits im sechsten jahrhundert vor christi ging der griechische philosoph pythagoras von dieser erkenntnis aus die beobachtung als ein sich auf dem ozean entfernen das schiff zuerst mit dem rumpf unter dem horizont verschwindet seine segel jedoch noch länger sichtbar sind waren ein hinweis für diese dann wieder für viele jahrhunderte vergessene erkenntnis schau schau von dem haben wir schon viel gehört aber was er so wirklich getan hat wenn man sich nicht mit ihm beschäftigt ok wir haben wieder hier drei legungen und ich beginne mit den affirmationen klare schnelle und vielleicht auch ungewöhnliche entscheidungen bringen mich jetzt voran ich setze sie so gleich in taten um auch abschied und loslassen bereichern mein leben und ich beginne diesmal mit diesem stapel und die karte aus karte besorge dir zwei zigaretten und versuche zeitgleich eine zigarette zwischen oberlippe und nase einzuklemmen die andere zwischen unterlippe und kinn fordere mindestens zwei andere gäste auf dir gleich zu tun und rufe alle allgemeine rufe eine allgemeine challenge aus gedanken stopp erste hilfe rassen die gedanken nur so im kreis herum schnellstens den kopf entleeren und mit anderen dingen ablenken werden sehen dvd oder video ausleihen werbung nervt shopping bei strapaziertem konto nur sonntags oder mit der besten freundin telefonieren aber nur wenn man selbst auch zu wort kommt dann finde ich das mit dieser zigaretten ja chaos gerade passiert wahrscheinlich besser da hat man auch etwas zum lachen deine tagestendenz hier habe ich mit unter die schlange sie üben eine magische anziehungskraft auf ihre mitmenschen aus es ist daher möglich dass in unmittelbarer zukunft eine verflossene liebe wieder auf sie zukommt oder ihr ex chef sie fragt ob sie ihren alten job zurückbekommen möchten der sinnspruch die ihr wege des lebens wählen wir selbst und jetzt nehme ich diesen stapel eine chaos karte stelle dich nach einem toiletten besuch in die mitte des raums und verkünde die hirubs botschaft eine wichtige mitteilung für alle party gäste ich habe die toilette unbenutzbar gemacht keine weiteren fragen bitte vielen dank für euer verständnis das kommt im zug schon nicht gut da kann man aber irgendwo dann ausstecken wir haben hier eine goldkarte soul food alles banane gegen schlechte laune hilft die banane im ernst sie bringt unsere glückshormone in schwung zwei bananen sind dabei fast schon eine überdosis empfehlenswert ist ein frischer bananen lastiger obstsalat oder eine bananenmelch eine banane ein esslöffel zucker zwei esslöffel zitronensaft und ca 150 milliliter melch geht auch mit dickmilch oder buttermilch ich denke auch mit sojamilch in den mixer fertig ist der shake alles banane ja okay die tagestendenz die emotionen kochen hoch ihre impulsivität bringt sie zurzeit öfter in schwierigkeiten reagieren sie nicht zu schnell sondern überlegen sie erst bevor sie handeln so ein bananen shake vielleicht gar nicht so schlecht aber nicht die banane ganz in die toilette stupfen erst bestellst du dir den bananen shake dann stellst du dich mitten in den raum und verkündet es ja mein gott das hast du schon mit den bananen geschafft okay wir gehen zum nächsten stapel chaos karte biete im laufe des abends fünf unterschiedlichen personen fünf minuten nackenmassage für einen kleinen obulus an bediene dich deiner gesamten überredungskunst um die massage an den mann zu bringen die tatsächliche massage muss natürlich nicht durchgeführt werden schließlich sind wir hier nicht bei den perversen okay also ich würde mich schon über eine nackenmassage freuen kommt aber immer auch drauf an von wem ne okay die gold karte wellness ruhe riecht gut deine ruhe ist auch irgendwie mit unwohlsein gepaart dann hilft es vielleicht schon deine sinne täglich für eine viertelstunde mit angenehmen gerüchen zu beschäftigen besänftigen suchst du geistige klarheit verbrenne ein wenig weihrauch fühlst du dich unausgeglichen können aromaöle kleine wunde bewirken und wenn es nur ums allgemeine wohlbefinden geht hilft schon ein frühlingshaftes potpourri ja ich habe hier so weihnachtstüfte jetzt habe ich die öle endlich nach zwei jahren dann beim zweiten umzug in den letzten zwei jahren gefunden jetzt habe ich schon wieder verlegt merkwürdig japanisches minzöl wollte ich jetzt nicht rein tun ich wollte so schöne adventsdüfte rein machen tanne oder adventsgebäck und ja so die die frische auch von zypressen oder zitrone wo mich jetzt wo mir jetzt einfach auch danach ist weihrauch habe ich genug ja es geht alle drei sorten gehen schon zur neige vier sorten naja gut 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 lange rede kurzer sinn und hier haben wir noch die tagestendenz sie sie tauchen ab ziehen sich zurück um neue erkenntnisse zuzulassen weil sie die welt einfach mit anderen augen sehen und daran arbeiten ihren horizont zu erweitern kann es sein dass sie missverstanden werden in kürze haben sie eine wunderbare idee so und wir kommen zu den joker karten das glücksrad drützig authentizität ja gut authentizität gibt kraft und verbindet mit dem universum so zu tun als sehen wir alles positiv oder als wären wir erleuchtet wenn wir es nicht sind entfernt entfernt uns von uns selbst und vom universum akzeptiere liebevoll deinen entwicklungsstand ach das mag ich gar nicht flecken auf den karten ja man sieht dass ich sie bei amazon gebraucht bestellt habe ich hätte ich wollte keine 19 euro bezahlen naja gut sieht ganz nach blut aus schokolade und unser engel hier haben wir erzengel gabriel weg des friedens ich lebe frieden also bin ich frieden allen wesen dieser welt alle wesen dieser erde begegne ich in frieden und unser nächste engel hier haben wir eine trumpfkarte ändere dein leben erzengel schamuel eine eine plötzliche enthüllung die freiheit anbietet schiebe die dinge nicht länger auf nimm die gelegenheit an die veränderungen dir bringen es ist zeit dein leben zu ändern diese karte repräsentiert das bedürfnis alte glaubenssysteme und vorgehensweisen zurückzulassen die überholt und schal geworden sind mit dem ziehen dieser karte sagt dir das universum dass du nicht länger die veränderungen aufschieben kannst von denen du in deinem herzen weißt dass du sie vornehmen musst plötzlich ist dir alles sonnenklar wenn du innerlich wächst und dich weiterentwickelst ist veränderungen unvermeidlich nimm diese neue richtung in deinem leben als etwas befreiendes und aufregendes rückhaltlos aufregend an du musst diese transformation nicht alleine vollbringen erzengel schamuel kann dir helfen den neuen weg und den sinn in deinem leben zu finden nachdem du dich sehnst zusätzliche bedeutungen dieser karte erwachen eine plötzliche erkenntnis die freiheit bietet unerwartete transformation lebenserfahrungen von erzengel schamuel wird gesagt dass er die welt von einem sehr übergeordneten blickwinkel aus betrachtet dies verleiht ihm die fähigkeit gelegenheiten zu sehen die dir vielleicht entgehen bitte erzengel schamuel um hilfe wann immer du nach etwas suchst egal was es ist mit seiner ausgezeichneten himmlischen vision kann er klar den weg finden der dein leben in eine neue und aufregende richtung bringt schön ich wünsche euch einen wunderschönen mittwoch tschüss das 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 Vielen Dank.